guten tag werdet ihr volk wir haben 22 uhr 7 und hier sind urin test von heute einmal um 1 uhr noch was einmal um halb vier war noch ganz kurz scharf wieso ich weiß es nicht das andere war um halb zehn morgens und ja das ist ja fast schon zwölf stunden quasi vorbei nach zwölf stunden war überraschend jetzt nur der rand aber ja wird interessant sein wie morgen geschieht ist antwort wird wie weit in der video beschreibung gewiesen werden per link aber könnt gerne einen kommentar ist schätzen was wohl sache sein wird danke